was geht youtube herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal scroppinplays leute ich war mal wieder mit dem controller im pc lobbies unterwegs und was mir da alles passiert ist seht ihr in den zwei gameplays jetzt ist es wieder mal unglaublich was das ist was für pro gamer da am ende übrig sind leute zu krass waren auf jeden fall zwei nice runden viel spaß damit let's go mein gott hat es mal als ob du ein slaver dabei hast du ehrenfrau ok leute ganz vernünftige anfallen 150 hp noch am start drei kills auf der insel das ist gut und es ist nicht vorbei wie wir hier sehen wie sie wieder los heute mann so die ganzen bäume jetzt fällen könnte man nach greasy schauen und dann von greasy wieder zur insel dann noch tilte das ist alles in der zone das ist gut irgendwer muss doch hier sein fucking greasy grove mann diesen laden habe ich auch nie verstanden hier so verwinkelt ok shotgun habe ich glaube ich genug und kleine auch und jump pads das weg einfach mal so jump pad in so einem raum zu finden ist sehr sehr gut der scope aber die munition ist hier ist anscheinend das chefbüro ich glaube ich gehe auch noch mal zur insel da ist einer an der seite von der insel habe ich gesehen da als geist die das sieht so fucking creepy aus mann dieses er hat mich nicht gesehen gibt es hier auch einfach nicht in diesen lobbies man weiß er hat eingesehen man weiß er hat einen gesehen komm schon Marcel easy easy life easy life der typ hat aber auch mehr geschwitzt als ich erwartet hätte aber er hat gutes zeug dabei für mich und ich gehe mit dem gleichen hp raus wie rein sehr gut krass ich hätte nicht mit einem sweater jetzt gerechnet um ehrlich zu sein digga das war ja komplett vorbei natürlich hat er mich auch vorher schon gesehen geht ja gar nicht anders das ist zu krass wie ich allein für diese fünf kids jetzt so gesweatet habe das ist nicht mehr normal aber hier ist irgendwo ein gegner da hinten das ist für mich ja lächerlich das meine ich er sieht mich er hat mich einfach gesehen wisst ihr der andere ist halt auch komplett one shot sein groß daddy das ist aber geil dass wir uns immer als rift usen können hier beste ein typ ist so one shot man er regt so auf er hat mich wirklich runter geschossen ne ok da sind noch einige gegner ok die fighten hier mit der sniper ok 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 bau bitte die scheiße ab digga bitte bitte bau es ab mein sechster big shield ok 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 Der ist da unten, da hackt noch Holz man, wenn der jetzt zurück kommt dann versuche ich ihn zu holen. Der ist da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Was wir jetzt noch brauchen, ist noch die 50 Blue Life und dann greifen wir richtig an. Ja man, ja man. Warum schießt er denn? Okay Leute, vielleicht schaffen wir es den Kill-Rekord zu brechen. Einfach konzentriert spielen, man. Das ist der beste Weg, diese Kiste zu holen Leute, da habt ihr am wenigsten Gefahr, das war hier in der Höhe holt. Okay, ich würde sagen, hätte es hier noch eine P90 gelegen oder eine Heavy-Shot-Attack, dann hätte ich gesagt, okay. Kann mich einer wecken aus dem Loot-Paradies, man. Okay, jetzt Showtime, baby. Wegen dem ersten Shotgun-Schuss denkt der Typ, ich bin Ninja. Der scheiß Kill, der nervt mich so, dass er die ganze Zeit rumwällt. Okay, es war halt wenig enthiltet los. Ich konnte quasi alles so machen, wie ich will. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt, naja, ein bisschen zu viele Kills noch leider. Wir ziehen jetzt auch durch. Der eine Typ dachte halt locker, ich bin Ninja. Aber ich hätte mich da auch reingeschissen, Digga. Ich habe ihn einfach gehittet, Mann. Ich bin so zu ihm rüber geflogen. Er ist selber hochgesprungen. War zu einem 17er-Hit, aber der hat gesessen. Der war weiter in seinem Kopf, als in seiner Hitbox, Digga. Glaubt mir. Wow. Ja, Leute, schade. Das wird auf jeden Fall nicht der Kill-Rekord. Ich muss eigentlich noch weiter hinten laufen, weil er wird mir sonst hier gleich. Er wird gleich von hinten kommen. Mann, das Ding ist, es waren so wenig Leute tilted, Mann. Die Action hat einfach abgerissen. Es war einfach zu wenig, zu wenig Action. Ich muss zur Insel, aber ganz schnell. Und es am besten ohne gesnipet zu werden. Mit der Insel fliege ich dann rüber. Na, schade, Leute. Das wird auf jeden Fall keine High-Kill-Round. Nach dem Anfang schon belastend. Komplett One-Shot. Glückliche, glückliche, glückliche. Komplett eine Kugel, Digga, der Typ. Gucken, ob du es schaffst, Digga. Okay, das zum Thema keine Action. Okay, Freunde. Noch neun Gegner. Wir haben gute Mads. Wir haben volles Blue Life. Wir haben was zum Healen. Die große Frage ist, wer snipet mich jetzt? Wow, Leute. Nice Runde bisher, Mann. Richtig nice Runde. Das sind auch richtige Bots. Ich würde es hier auf keinen Fall behaupten, dass ich gegen gute Gegner spiele. Das ist aber EU-Server, Leute. EU-Solo. Also eigentlich weird. Eigentlich darf man hier gar nicht gegen gute, also gegen schlechte Spieler spielen. Vor allem nicht um die Uhrzeit. Die Leute bauen schon ihre Bases für den letzten Kampf. Die Leute bauen schon ihre Bases. Der Typ ist absolut Das regt mich so auf Digga Ich hab ihn eigentlich zweimal so outbilled Aber dann hat sich immer einer eingemischt, ich muss kurz chillen Bis zum nächsten Mal